Jembe Lernen, Seite 32, die normale Schreibweise. Hier haben wir in beiden Linien denselben Rhythmus. Einmal oben Handsatz und Anschlagsart mit dem Klopfi notiert und unten in der üblichen Schreibweise. Seite 33, gleicher Rhythmus im Dreiviertel- und Sechs-Achteltakt. Linie 1, das Krokodil, das Krokodil, das Krokodil. Linie 2 mit demselben Rhythmus im Sechs-Achteltakt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4 Und Seile 2 im 6-8-Takt. Seite 35 im 3-4-Takt. Otto geht heim. Und im 6-8-Takt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um die hier gelernten Cembe-Rhythmen zu begleiten, werden drei Kleinperkussionsinstrumente vorgestellt. Damit lassen sich leicht kleine Ensembles bilden, in denen verschiedene Instrumente und Rhythmen miteinander kombiniert werden können. Seite 37, die Klave. Amelie, Amelie, Gerd und Monika. Amelie, Amelie, Gerd und Monika. Amelie, Amelie, Gerd und Monika. Cembe-Lernen, Seite 38. Amelie, Amelie, Gerd und Monika. Seite 39. Amelie, Gerd und Monika. 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 Wie auf Seite 28 im Viervierteltakt beschrieben, kannst du diese Übungen nun im Sechsachteltakt machen. Übe langsam und gleichmässig, tippe auf den ersten und vierten Schlag zusätzlich mit dem Fuss. Seite 41, Übung 1, Akzent mit offenem Ton gespielt. Übung 2, Akzent mit Slap gespielt. Übung 3, Akzent mit Bass gespielt. Übung 4, Akzent mit offenem Ton gespielt. Übung 5, Akzent mit Slap. Übung 5, Akzent mit Bass gespielt. Seite 42, ein Rhythmus über zwei Zeilen. Das Ganze jetzt etwas langsamer. In den folgenden Übungen werden Rhythmen mit Apfelsaft, Traubensaft und Fanta kombiniert. Dabei entsteht das 3-3-2-Modell, mit dem sehr einfach verschiedene Rhythmen kombiniert werden können. Seite 44, Linie 1 Jetzt etwas schneller. Seite 44, Linie 2 Auch hier etwas schneller. Seite 45, Linie 1 Und Seite 45, Linie 2 Und Seite 45, Linie 2 Und Seite 45, Linie 2